Haltes Rundfunk Meine Gäste hat mir da ein Prominentier-Schiening. Haben Sie mit der Zauber noch da angefangen, oder? Ja, gut, aber dann sehen wir. Lasst uns das in die Vorstellung zum Halbite. mit der Disney Fantasy Viertelkühle. Irgendetwas stimmt auch nicht, was sich an Disney Fantasy Viertelkühle andersherum. Was ist schon los? Klein... Knurr? 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 Der Divident Roland Keder? Der Divident Roland Keder? Nein, das ist natürlich... Das ist ja so. Was machen wir jetzt? Nein, nein, nein. Das ist etwas zu rabiat. Gibt es nicht irgendeine mildere Leute? Wenn ich so ans Fernsehen denke, die haben ja eigentlich fast in jeder Sendung so Live-Schaltungen, mindestens acht pro Minute. Können wir das auch mal probieren? Vielleicht... Live-Schaltungen? Ja, Live-Schaltungen. Keine Söhntechnik, ist das möglich? Warte. Wo wollen wir Garten oben? Ich denke, Garten oben mindestens. Vielleicht hat das einfach verschwitzt. Probieren wir mal. Roland! Hallo! Cucu! Roland! Roland! Hattest du dich beschäftigt? Salut! Tomendis! Roland, was ist los? Alle Leute warten schon. Ja. Hat es schon angefangen? Ja, natürlich. Schau mal auf deinen tickenden Ratgeber. Handlenk? Ja. Nein, anders Handlenk. Noten sind weg. 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 Ich verstehe es nicht. Roland, ganz ruhig. Ich weiss, wir haben das Thema zauberhafte Werte. Dann passieren auch komische Sachen. Aber mit Magie können wir das sicher auch lösen. Kommt zuerst mal auf die Bühne. Eile. Eile. Ja, jetzt pressiert. Ich wisse jetzt. Eile. Eile. Kommt. Darum. Machen wir noch auf die Schnabel-Oriante, oder? Wir brauchen den Schnabel. Ich werde auch noch diesen Ort zum nächsten Mal. Ich bin hier noch möglich oder? Im ersten Mal haben ich Tamze schon noch mal Glück gehabt. Ja, denn es ist auch nicht selbstverständlich, dass das klappt. Aus Versehen haben wir auch schon mal jemand vom Nordpol geschickt. Ja, aber ich glaube, das hat mir gefallen. Steine Karriere gemacht, Import- und Exportbusiness produziert, zig Mitarbeiter, Handwerksbetrieb... Moment, Moment, redest du vom Sami Klaus, oder wie? Ja. Du, ich glaube, das bringt uns wirklich weit. Man hat immer ein Problem, die Note offenbar nicht fehlt. Du, aber warte mal eine andere Frage. Ja, weil, äh, musst du mal das Ende reinholen? Das Ende auch stimmt. Das Ende? Hm. Wir werden auch noch eine Live-Schaltung probieren. Live-Schaltung vielleicht. Wie ist das gut? Klar, Robben? Ich bin nicht sicher. Wir haben dann doch ziemlich viel Glück. Ja? Grüß, das war auch was. Gut. Na ja, besser als der Nordpol ist es ja. Also, gut. Also, wie war das genau mit deinen Partiturblendern? Kannst du dich genau erklären? Sie sind einfach nicht mehr da. Also, du hast doch Blätter dann. Ja, Blätter schon, aber die Note nicht. Aha. Ich glaube, das sollen wir schon speziell lösen. Es gibt vielleicht ein bestimmtes Zauberort dafür. Aus Mary Poppins, ja. Vielleicht kennt man das auch. Vielleicht auch die Schleineren unter euch. Oder die ewige Umblinker. Nämlich. Super-Kali-Fragilistisch-Expiali-G-Tisch. Könntest du das mal probieren? Mal schauen, ob es dann funktioniert. Aber Roland, du hast das schon mal gemacht, oder? Nein. Ich denke, das Dreidruck habe ich aber gerade gehabt. Ähm. Ja. Also, man bin jetzt trotzdem, oder? Super-Kali-Fragilistisch-Expiali-G-Tisch. Jörg hat das L-Fragilistisch-Expiali-G-Tisch-G-Tisch. Super-Machtung. Ob es da jetzt funktioniert, ich werde euch schnell erleichtern. Von einer Tiptop gemacht. Sind bei euch auch die Note da inzwischen? Jetzt steht die Aufführung eigentlich nichts mehr im Weg. Meine Damen und Herren. Wir haben es zwar schon mal angekündigt, aber Sie haben gesehen, was für Probleme es da gibt, wenn das Motto ist «Zauberhafte Welten». Aber wir haben es doch noch in den Griff gekriegt. So sagen wir jetzt zum zweiten Mal vier Vergnügen mit dem Disney Fantasy und dem Musikverein Wangen! Zauberhafte Welten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020